Ja, wir fingen an, ganz seltsam, ich schenkte meinem Vater zum 60. Geburtstag eine Uhr und dann gestand er mir, dass er in 1959 schon mal ähnliche Pläne hatte zu einer eigenen Uhr. Wir probieren das mit den Mitteln, die wir haben, das zu machen und das ist eigentlich bis heute so geblieben. Dass wir mit den vorhandenen Ressourcen aus dem Handwerk heraus handwerklich hergestellte Uhren für unsere Kunden produzieren. Ich sage immer scherzhaft, bei uns ist alles wie vor 100 Jahren, nur den elektrischen Strom, den haben wir schon. Im Gegenschluss ist es natürlich so, dass wir viele unserer Kunden persönlich kennen und auch für unsere Kunden ist es schön, dass die uns kennen, dass ich sagen kann, der Mitarbeiter hat dieses gemacht, der Mitarbeiter hat jenes an ihrer Uhr gemacht. Man hat praktisch ein Gesicht dazu, ein Gesicht zu der Uhr von uns und der hat zu seiner Uhr die Gesichter der Mitarbeiter, die an der Uhr gearbeitet haben. Wir machen 10 bis 15 Uhren im Monat und mehr sollen das eigentlich auch nicht werden. Und im Vordergrund steht bei uns wirklich die handwerkliche Fertigung der Uhren beziehungsweise der Uhrenkomponenten und auch der Familienbetrieb als solches in der zweiten Generation, das Verhältnis zu den Mitarbeitern. Das ist das, denke ich, was die Uhren ausmacht. Das ist das, denke ich, was die Uhren ausmacht.